Musik Thema dieses Filmes ist das Huhn, eines unserer häufigsten Nutztiere. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich leg den Vormittag an Ei und abends wäre ich frei. Auf vielen Bauernhöfen leben Hühner frei umherlaufen mit ihren Artgenossen. In einer Hühnerschar. Sie besteht aus 10 bis 15 weiblichen Hühnern, auch Hennen genannt, und ein paar Hähne. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht. 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 Vielen Dank.